Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handele 60 Sekunden, mein Starttrade beträgt hier 2.000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren im Metatrader 5 US-Dollar. Das sieht ganz gut aus, allerdings muss der Kurs noch etwas fallen. Okay, ich gehe rein. Du möchtest genau wissen, wie ich das mache, dann kannst du dich für mein Privat-Einzelcoaching 10.000 US-Dollar bzw. Euro pro Monat bewerben, per Mail oder durch Eintragung ins Kontaktformular meiner Webseite. Gegebenenfalls steige ich nochmal ein. Das ist kein Problem. Das Ziel ist, dass der Trade spätestens beim dritten Mal im Gewinn ist. Nach meiner Strategie wirst du sehen, dass meistens der Erste schon drin ist bzw. der Zweite. Das genaue Handwerkszeug lernst du halt in den Kurs. Aktuell sind, wie gesagt, beide Trades im Gewinn. So, du solltest Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch oder Französisch sprechen. Dann kannst du dich bewerben. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal.